Wir waren Träumer, haben sorglos vor uns hingeträumt. Realität oder Illusion haben einfach die Grenzen verschoben. Und jetzt wissen wir nicht, wie wir aus dem Albtraum entkommen sollen. Seit wir dieses gottverdammte Buch hatten, ging alles nur bergab. Das ist so ein hübsches Ding, das bei einem Autounfall stirbt. Experimente mit unzähligen Toten, der Mörder mit dem Herrn. Nach exakt drei Jahren rollt die Polizei den Fall wieder auf. Und Victoria taucht auf. Wer das Buch findet, findet auch den Mörder. Alex und Thea sind tot, Christine ist weg und der Mörder läuft irgendwo frei herum. Wenn das rauskommt, dann werden hier Fragen gestellt. Und die machen das ganze Fass wieder auf. Entweder sehen wir das Offensichtliche nicht, oder wir können das gar nicht mehr sehen. Den Lauf der Dinge manipulieren und Gott spielen? Was glauben Sie denn, wie das ausgehen soll? Sie sind der Mörder von Alexander Michalski. Sie sind der Mörder von Alexander Michalski. Einmal ist der Mach2 zu sprach.